Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 ...de scorpions, und es gibt viele Centen von verschiedenen Toxinen. Wir wissen nicht alle, wir wissen nur 1 oder 2 Prozent. Wenn man sich um ca. 2.000 Späße von scorpions multipliiert, wenn man 200.000 Späße, nicht nur 100 Toxinen, dann wird das schon 2.000.000 oder 20.000.000, ich weiß nicht, ...de substances zu studieren. Ihr Potenzial ist enorm. ... 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